Ja, es gibt sogar zwei Heiligkeitsstufen. So, wo ist denn der Alayra da? Warte, der war doch... Nein, der war nicht da, der war... Warte, ich laufe da irgendwie. Hä? Bei mir die Hellste funktioniert bei mir. Ja, der ploppt irgendwie nur kurz auf, glaube ich. Sie sind schon backt. Ja. Ich glaube, da war der Alayra da, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, der ist irgendwo der Arsch. Warum die Grenze alles unter Wasser? Das leichte Älter kennt keine Grenzen. So, was ist denn das? 16 Beweglichkeit, 12 Moral und kritische Treffer. Für den Arsch. Gehen wir euch mein Leid anhören. Zu der Erwun. Wo ist der Erwun? Durch mein Leid. Wo ist der Erwun? Die war da rechts, glaube ich. Rechts! Äh... Was soll ich denn nehmen? Die Axt ist für den Arsch. 16 Beweglichkeit, brauche ich nicht. Ich spiele es auch nicht. Moral, genau, zum Kampf. Kritische Treffer. Nein, ja nicht. Oh, ja nicht nicht. Nicht genug Platz. Nein, das ist Lorny, dieser Tod. Äh, der Erwun. Wissen der? Der Erwun hält sich in Esteldin in den Nordhöhen auf. Moment, Esteldin? Ja. Da kann ich ihn parken. Aber da ist keine Ruhe fahren, gell? Ich park gerade hin. Wie viele Mittelmünzen habe ich? Sechs. Geil. Fick dich, Spiel. Geil. Ach man. Das geht so aufs Geld irgendwann. Wenn man das jetzt bei jedem Auftrag macht. Jö. Kann man so sagen. Und wahrscheinlich müssen wir uns eh gleich wieder zurück, gell? Ist dann, ist dann... Du bist schon da. Thoram. Was benötigt ihr? Thoram ist in Esteldin. Ach, Gott sei Dank. Du bist schon da. Ja, ich hab die Mitril-Münze genommen. Ah, jetzt kann ich mal die Karte herzeigen von Minas Tirith. Ich kenn die selbst noch gar nicht. Auch Cheaten genannt, oder? Genau. Minas Tirith. Oha. Wie schaut's aus? Arbeiterring, Soldatenring, Handwerkerring, Spielring, Gelehrtenring, Meisterring, die Zentrale. Zitadelle. Pelenor-Felder gibt's auch. Dampffestungen. Ja, klar. Süd-Thor, Nord-Thor. Im Norden gibt's auch noch was, nördlich von Minas Tirith. Das Gebiet gibt's auch. Ah, ja, und da geht's dann wahrscheinlich zu den Nord-Iphilien. Da kann man dann Richtung Totenschimpfer geht's um dort. Äh, Kai Andros. Ah, ja, geil. Und aus Gilead gibt's auch, das ist auch richtig fett. Ah, ja. Minas Tirith aus Gilead, Süd-Iphilien. Ost-Gondor. Und dann würden wir täglich hochladen. Äh, nee. So, was, wo ist jetzt der Torraum? Da, wo ich bin. Oh. Der hat jetzt den Scheiß gemacht und jetzt muss ich nur wieder zurücklaufen. Okay, ich größe euch. Oh, jetzt muss ich verraten. Ja. Das Schwer zieht nach einer Elberarbeit aus. Den Schild könnt ich allerdings reparieren. Ja, am Amboss schlagen wir halt nicht schlecht, Freundchen, aber, naja. Schlagt er daneben, gell? Ja, er hält das Schild in der Luft und schlagt drauf. Das ist ein Fetisch. Wie kann ich euch zu Dienst? Okay, wir werden jetzt zurück zu dem anderen Arschlagen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nach Buchtal um das Elbenschwert schmieden. Habe ich recht? Oder habe ich recht? Äh, ja. Ernsthaft? Elrond. Warum war das klar? Ich weiß es nicht. Ich port mich nicht mal nach Buchtal, ja? Ich hätte echt eh gerne in den Sagen. Was benötigt ihr? Warte, wenn ich mich da jetzt jedes Mal porte, das kann es ja auch nicht sein. Ja, ich bin jetzt da. Ich schau mal kurz zum Reitstall. Alles ist schon bitter, hm? Bittersweet. So, kann ich da nach Buchtal? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ja, schnelle Reise. Geht's? Von Michel Bingen kann ich auch nicht nach Buchtal, gell? Ach, scheiß drauf. Voll kack, das geht so auf die Mitril-Münzen, der kack. Ja, mir nicht. Finstere Tardie. Ich hab wirklich einen scheiß Charakter halt, aber... So, Helmedia. Helmedia ist noch näher der Schmiede von Buchtal, okay. Ja, ich muss halt überall hinlaufen. Ja, ich muss dafür zahlen. Ja, cool. Sonst dürfte ich von Esteltine zur Buchtal rennen. Cool, oder? Mhm. Ich glaub, ich spiel jetzt einen Jäger auf Level 46 und... Ist das erste Mal, dass ich Elrond's Bibliothek beim ersten Mal gefunden hab? Echt? Ah. Ja, ich find die immer noch nicht. Hm? Da brauchte ich mich immer. Ja. Aber den Ausgang find ich nie. Ja. Aber sobald wir VLV50 sind, könnte ich mir mit meinen, äh... Könnte ich uns mit meinem Level 100 Charakter ein paar gescheite Waffen bauen dann. Das kann ich vielleicht sogar im Let's Play zeigen. Weil es es wen interessiert. Ich glaub nicht. Aber auch nicht. Ja. Ja. Das hört sich für mich jetzt sehr komisch an, weil ich die Musik nicht höre. Ja. Aber ich mag die Buchtalmusik, die ist cool. Nicht doch. Also man muss echt sagen, dafür, dass das Spiel nur ein HDRO, also ein Herr der Ringe-Fake ist in dem Sinne. Und dafür, dass das Scheiß-Laser nicht? Ich hab gar nicht was gelernt. Ja, nicht. Also ich find's zum Beispiel... ...irgendwie angenehmer als WoW. Ich weiß nicht warum. Aber das ist irgendwie alles so komisch. So extrem bunt. Wie würdest du das einstufen? Also MMO find ich's am besten. Besser oder schlechter als WoW Team? Was war's? Vergiss es. WoW Team, kennst du das? Nö. Deine Ahnung. Das... Ja, find ich's. So, warte. Ich glaub, ich bin richtig, wenn ich mich erinnern kann. Ja. Da ist der Schmiede von Buchtal. Ja. Hab bitte nicht, wo ich hingeritten bin. Seid gegrüßt. Es ist mir eine Woche, der euch zu sehen. Äh, wer? Helm Medir seine Arbeit getan hat. Also ich glaub auch den größten Umweg. Hey, ich bin immerhin schon Drechsler, Lehrling und hab 48 Punkte. Ja gut. Aber ich glaub, würd ich alles im Let's Play machen, das wird echt viel zu lang dauern, alles miteinander. Also da ist wahrscheinlich auch voll Bock drauf. Ja. So, mach weiter, jetzt müssen wir wahrscheinlich gleich wieder zurück nach Angmar. Ja. Ja klar. Den Hexenkönig besiegen. Ja. Blöd ist halt nur, dass da noch vier Buchbücher dazwischen sind. Ein paar Instanzen. Hey, besiegt man den dann? Oder halt, ich denk schon, ja? Ich grüße euch. Du Spoiler hast eigentlich. Ja, das bringt das schwer zu Eilräumt. Ich bin nicht so verlaufen gerade, ich bin um ganz Bruchtel jetzt herumgeritten. Na, dann bin ich schon sehr falsch. Boah, da ist es... Also für die Buchaufträge brauchst du echt Geduld. Nee, das ist eh spannend. Eigentlich schon, ja. Man könnte hier auch einen Trim mit zu verwenden. Naja, ich kaufe mir einfach mal 800 Mietermünzen. Dafür ist Buchtal immerhin schön und nicht so trostlos wie Angmar. Das finde ich immerhin ganz gut. Oh, verdammt, jetzt habe ich unabsichtlich was gebeutet im Beuteler. Irgendwas ganz tolles, und zwar einen Thymianzweig. Brauchst du einen Thymianzweig? Ja. Ja. Bitte. Okay, passt. Schreib in mir einen Chat und sag mir wieviel er kostet. Ja, warte. Oh, ich habe ihn schon weggeschmissen. Ja. Also ich hätte 100 Gold dafür gegeben, mindestens. Mindestens? Nö, ich hätte ihn schon echt 1000 verlangt. Also so ein Thymianzweig... Oh, jetzt bin ich voller Mikrofon angeschlossen. Hat man sicher nicht gehört. Hat man sicher nicht gehört. Nö, aber 1000 wäre so der Rahmen. Also, so in etwa. Könnten wir ins Verhandeln kommen. Natürlich will ich ja noch viel mehr. Aber weil ich nett bin... Du weißt schon, verhandeln funktioniert so, dass du mehr vorschlags, als du dir erwartest. Nee, aber heute mache ich ein Angebot. Auf Ebay kannst du ihn auch kaufen. Für 1000 Rechte Euro. Ach so, hast du ihn schon hingestellt? Auf Ebay gestellt. Genau, ja. Na, Eradan! Heck mich im Arsch. Nö, oder? Was denn? Immerhin habe ich einen Markstein in Angmar. Und tschau. Weißt du, wo ich bin? Ich bin in den Fluss gefallen. So, ich bin wieder in Angmar. Zum Glück habe ich da einen Markstein. Moment, wo? Nein! Nein! Ach, komm! Will ich es wissen? Ich bin mitten in Kandum. Ach ja, ich erinnere mich. Ach ja, genau, ich erinnere mich. Aber da ist ein Ruf von. Also wenn du soweit bist, kann ich dich rufen dann. Ja, das würde ich gerade hinwollen. Ja, kannst du sonst noch Angmar? Nein, ich habe mein Ding sind verrochelt. Okay, dann warte ich da auf dich. Aber Angmar, also Kandum ist nett mit den Schwefelfabriken und so. Ach, Schwefelfabriken, warum? Ja, das Wasser schaut echt gesund aus. Also, ne? Das ist die Pisse von den Angmaremmen, weißt du das nicht? Ach so, ja, stimmt. Ich bin ein bisschen schwefelig. Okay, ja. Ich frage mich jetzt halt, okay, nein, wir haben halt den Schlüssel schon. Aber ich frage mich, hätten wir den Schlüssel nicht, würden wir rauskommen? Pfff, bitte frei. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube nämlich auch nicht. Wenn du für immer hier eingesperrt gewesen. Für immer. Und immer. Und immer. Und immer. Die haben sogar Aufträge für Gefährtengruppen, ne, danke. Ich könnte mich auch direkt dorthin porten, weil ich habe ja noch keine Lichterlomünze verschwendet. Jetzt noch ein paar. Ja, jetzt warte ich extra schon auf dich. Ich habe den Auftrag schon. Ach so, du bist schon fertig. Dann ruf ich dich mal. Mustering Horn. Ja. Er hat den Ruf erhört. Versammeln dich. Verbindet was. Ja, der hebt sein Schild hoch. Du kennst ja diese Bewegung, was er macht, gell. Warum stehen vor dem Tor zwei fette Trolle, wo ich drin bin? Was macht das für einen Sinn? Du kennst ja die Bewegung vom Versammeln, gell, was er macht. Und da hat er das Schild in der Hand. Das packt irgendwo so durch die Hand durch. Das muss ja ziemlich anstrengend sein, eigentlich. Eigentlich schon, ne? Mhm. Na, ne, so, okay. Weiß was, da sind solche, solche Klaren Wachen auf Level 100. Ich krall mir jetzt die beiden Trolle da. Und laufe jetzt zu der Wache auf Level 100. Ha? Ja? Bam! Und jetzt laufen wir wieder raus. Nö, nö, jetzt warten wir, bis er sie umgebracht hat. Oder du tot bist. Oder ich tot bin, das kann natürlich auch sein. Ich hoffe auf letzteres. Du mich auch. Hm, gern. So, komm her, Schätzchen. Lol, der kommt da nicht durch. Fail. Der Typ kommt da nicht durch. Wie? Der Troll ist da nicht reingekommen, wo ich mich versteckt habe. Ja, das kenne ich. Ja, dann, go. Lauf vor. Das mehr Leben als ich. Alter, da ist ein undichtbarer Wand. Ja. Ist mir auch gerade aufgefahren. So, Heiltränke habe ich parat. Bendiger. Ja, das könnte lustig werden. Wir müssen nur so weit kommen, dass wir beim anderen Friedhof spawnen. Haha. Du, die Dings, die Erwartungen sind wieder mal so niedrig wie möglich. Ja, ach du heilige Scheiße. Ey, wenn wir gar nicht rauskommen, wäre es ja richtig cool. Ja, jetzt hätten wir überhaupt kein Problem oder so. Ne, ich glaub schon was. Aber wir hätten den Schlüssel nicht. Bedingungen nicht erfüllt. Wirds bereits verwendet. Oh Gott. Oh Gott. Er ist ja noch da. Tschüss. Ich lauf da mal. Gute Nacht. Ich bin, ich bin gepackt und bin vom Pferd heruntergefallen. Äh, Hitabill auf der Cargol nach, gell? Und zwei Trolle. Äh, zwei nur. Und irgendwie so 50 andere. Oder sind noch zwei Trolle. Ja, Schüsspferd. Nö, mein Pferd lebt noch. Äh, rechts oder links? Äh, links. Hilfe. Mama! Ah, ich bin vom Pferd unten. Haha, ich hab so geil aus. Äh, hinter mir ist mir grad 50.000 Gegner. Ja, ich merk. Und noch fünf Trolle. Hallo. Ich lebe noch. Ich muss uns screenshot machen. Nein. Ich hab grad einen Pfeil im Arsch, aber ich leb noch. Oh, da sind noch drei Trolle. Ja, warte, warte, warte. Ich hol nicht bald einen. Hilfe. Hast du schon vom Pferd herunter? Wie das ausschaut, geht so wie. Ja, Alter. Hilfe. Ich mach einen Screenshot. Alter, noch Trolle. Hilfe. Ich lebe. Nein. Nein, ich bin tot. Nein, da war das Tor. Nein. Ich hab einen Screenshot gemacht. Überlebst du's? Oh. Ist halt nicht mein Heil. Ich hab einen Screenshot davon gemacht. Ja, ich tu mich mal zurücksetzen. Oh, Gott sei Dank, ich bin nicht mehr dort oben. Alter, weißt du, wie geil das grad ausgeschaut hat? Ja, ich hab grad hinter mich geschaut und lauf so weg. Und hinter mir kommen so die 50 Trolle. Ich glaub, das ist echt fast was fürs Best of. Alter. Alter, von hinten hat das toll ausgeschaut. Aber ich hab erstaunlich lange überlebt. Ja. Ich seh nur, wie so keine Ahnung wie viele Trolle und wie viele Angbarinnen hinter mir herlaufen. Oh, scheiße. Wo lauf ich ihm jetzt hin? Ich glaub, ich sollte meinen Markstein doch bei der Festung dort setzen. Ja, ich hab ihn verrochen. Oh, Alter, jetzt greift mich schon wieder alles an. Mich auch. Die Welt hat sich gegen mich verschworen, irgendwie. Ganz angmar, Alter. Zehntuchrolle. Zehntuchrolle? Wir versuchen das Leben. Oh, ungefähr. Nein, nicht Zehntuchrolle, halt. Ganz angmar. So, ja. Ich hab's ja höher erinnern. Na, ich glaub, Kandum war vorher hinter mir her. Der schaut voll behindert aus, wie die Trolle schwimmen. Kannst du dir das vorstellen? Ich hab' nicht gewollt. Und die Banken voll im Wasser herum. Fähig. Oh Gott, Alter. Und die schwimmen mit ihren Keulen übrigens, die sie in der Hand haben. Aber wie viele Gegner das grad vor waren. Alter. Wie so geil. Einer ist doch in der Käse. Jetzt bin ich frei. Österreich ist frei. Ja, siehchen. Oh Gott, jetzt pflichtig die Klippe runter. Oh Gott, nein. Oh Gott, jetzt sind da... Oh, was? Da sind auf irgendwie, keine Ahnung, 20 Gegner auf einmal. Das hat sich halt richtig gut angehört, was du gesagt hast alles. Ich weiß jetzt grad echt nicht, wohin. Ähm, ich glaub, wir treffen uns bald. Auf der Karte. Also ich hab eh schon meine kleinen Gefolgschaft dabei. Und du? Eine Spinne. Eine nur? Ah, die andere sind auch weg. Ich hab auch noch eine Spinne. Oh, hi, ich seh dich. Ah, da hinten kommt ein Freund. Meiner ist schon weg. Naja. Ich glaub, wir müssen... Wir müssen da lang. Du glaubst... Ja, da sind die nicht mehr. Ja, gut. Ich seh den See. Das war ein toller Reim. Mhm. Aber das hat aber echt toll ausgeschaut nach den ganzen Gegnern. Dumm, dumm, dumm. Nach der Musik ist es aus. Das ist einfach der Wahnsinn. Das ist einfach der Burner. Das ist Wahnsinn. So, jetzt kommt wahrscheinlich Wetten. Je nach Bruchtal. Wetten, das. Wetten... Ja, hoffentlich. Ja, ganz ehrlich, das wär echt zu behindert von dem Spiel, ohne Scheiß. Wird's cool finden. Ich würd's auch voll geil finden. Oder nach Bre, da waren wir schon länger nicht mehr. Kauf dir den Exquisite Anorian Ring of Combat. Kauf dir den. Ist das der Ring of Fire? Ja. Na, der Ring of Combat ist das. Ach so. Der Ear Ring of Combat. Nein. Der gibt's auch. Ja, das brauchst du halt. Die Essenzen dazu. Für den Scheiß. Das hört sich einfach so geil an. Richtig sexuell. So, ähm. La Eradan. Der war da. Endlich merk ich mich mal, wo der Typ ist. Nach 100 Folgen HDO. Ja. Golodir. Der ist dort in dem, wo die Alde früher war, die was krepiert ist. Der ist jetzt recht. Der ist jetzt nach dem Markt, ey. Oh, mein Akku ist voll beim Handy, das hat muss es jetzt wie ... Wir wollten erst nächste nach Verrochel, oder? Wie, derzeit nicht möglich. Wo ist denn der Golodir? Ja, also wir wollten nach Verrochel, wenn die Buchaufträge zu schwer werden. Ah. Warte, warte da hinten. Jetzt sind sie noch nicht so schwer. Nö. Ich könnte die Texte damit auch mal anschalten. Ich glaub, ab Level 50 wären sie zu schwer. Das heißt, da leveln wir noch vorher. Ja. Da Golodirs, Quatir. Ja. Dad. Luftẹ heavenly nicht. Du erwaffn12tem entspricht. ah, wenn man gewse cooked. Nope. Da đi, und. Nachdem im Kopf herausziehen. Ofe und hierxiung her yourself will man die Nachk тор plan. Untertitelung des ZDF, 2020